Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu We Were Here Forever und beim letzten Mal hier... Was ist das denn jetzt hier? Beim letzten Mal hier dieses Spiegelrätsel gelöst, fand ich ganz geil. Und jetzt können wir das Ding hier drehen. Und dabei ist wieder die Jasmin. Was ist das für ein gutes Geräusch? Naja, wenn ihr Jasmin's Folge abcheckt, wollt ihr es unten verlinkt. Und viel Spaß und Erfolge. Was ist das für ein komisches Geräusch? Glaub, der ist ein bisschen buggy. Komm, wir drücken einfach mal. Okay. Ich kann nichts mehr machen. Jetzt. Oh Gott, Hilfe. Entschuldigung. Es ist wirklich ein sehr schöner Sound. Back again. Ja. Ich bin jetzt am Ende angekommen. Ah. Ja, ist definitiv ein Soundbug, glaube ich. Back again. Sehr gut. Ich trage hier wieder so ein schweres Gerät. Ja. Du hast es ja direkt genommen. Hier muss es rein. Nein. Doch, doch. Hier muss es rein. Hier muss es rein. Ja, sag ich ja. Wir legen ab. Oh, gefahren. Aber wir haben gar kein Wasser unter uns. Wie geht das? Hä? Na. Weiß ich auch nicht. Wir fliegen. Weee. Oder? Ah, ne. Oben ist eine Schiene. Ah, wir sind wieder zurück. Geil. So, das war, das war Backberry. Ja. War ganz schön viel. Jetzt gehen wir zu Fouled. Ja. Ups. Ab zu Fouled. Wollt, aber mach das. Fouled. Fouled. So richtig Deutsch. Siehst du, den Chat rollt, was ist los? Die geht nicht. Ja. Fouled. Vielleicht können wir hier noch nicht rein. Dann gehen wir erst zu... Wie hieß es? Nautilus. Hier entlang. Folge mir. Wo bist du? Da hinten. Ich sehe einen Kopf springen. Bei Nautilus. Oh, hier können wir nicht lang. Hier braucht man Zug. Hm. Oh. Und jetzt. Waren hier eben auch schon so viele Graben? Nein. Hier geht es wieder zur Chapel, zur Kirche. Da wollen wir ja nicht hin. Wieso nicht? Können wir auch gar nicht, ne? War ja mit diesem Aufzug. Oder? Doch. Ich nehme das mal mit. Was denn? Was denn? Wieso nimmst du das mit? Weil wir müssen noch drei Teile finden. Ah, okay. Ach, ist das das Teil? Und wo kommt das nochmal her? Habt ihr ja vergessen. Ah, vielleicht musst du das mal oben bringen. Ja, du musst ja eigentlich in die Chapel. Ja, aber bitte. Dann komm mal hier. Ja, komm mal hier. Ja, tatsächlich. Okay. Ähm. Sagen wir mal hier ziehen. Ja, mach mal. Ach so. Ich muss ja dir helfen. Du bist ja zu schwach, um das alleine zu machen. Wir müssen das bestimmt einmal hochbringen. Hm. Kann mir auch vorstellen. Danke dir, Tatjana. Also ich finde, als Zuschauer hätte ich gerade richtig Spaß, uns beiden im Multistream zuzugucken. Yo. Ich glaube auch. Also das ist echt ein gutes Game für Multistream. Ich schlepp das schon. Gar kein Problem. Ja, gut. KK sagt, yep. Ja, ich muss mir auch unbedingt die Folgen angucken. Auf YouTube. Ja, ich werde mir nicht meine eigene angucken. Also auch um deine Sicht. Nee, aber halt deine. Ich werde mir deine angucken, ja. Ja. Einfach um zu wissen, wie der andere struggled. Der erste am diesen Samstag. Ja. Komm, pack's hier. Hier muss bestimmt rein. Hier? Oh. Der Koordinator. Oh yes. Ich bin so ein Koordinator. Mhm. So zwei Teile fehlen noch. Ja. Okay, zurück. Gut, dann wieder runter. Ich finde es ein bisschen dumm, dass man hier das Einzelne bringen muss. Ja, vielleicht hätten wir auch das nicht machen müssen. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Siehst du? Hm? Siehst du? Was sehe ich? Wie siehst du es nicht? Was denn? Wie kann man es nicht sehen? Was soll ich sehen? Gucken, wann dir das auffällt. Ist es heller geworden oder wie? Das Best-Off kommt morgen, Skoppel. Hey! Ich auch nicht. Muss greedy. Also, jetzt falle ich damit. jetzt mal versuchen oder mutig los mal kurz ist ja was aufgegangen ich bin im waggon auf dich war die frau ein daddy mein daddy komm ran ja ja ich bin unterwegs stopp an der checker sehr gut magi wie geht es dir eigentlich wie dumm wie immer unser meine leuchte leuchtet eine leuchte leuchtet ja weil du da drum rückst gar nicht natürlich sehr es doch in deiner hand ich mache gar nichts ganz gar nicht sehen und der leuchtet leuchtet pass mal auf kriegt er immer gänsehaut echt was für ein geiler charakter gewesen ich sag's dir wie du grinst ja ich hör es schon wie er grinst dein partner hat sich vom letzten getrennt was bist du denn vielleicht hat sich mein spiel geschlossen excuse me ich doch nix für excuse wir haben 2022 zu viel gedrückt das glaube ich auch so zu viel rumgedrückt hast quatsch unsinn mein charakter wollte einfach nicht wenn ihr eben hier im waggon sitzen ist rausgesprochen ja ganz genau so gut schön dass es euch ich bin doch hier am starten ja sehe ich ja nicht 54 prozent sie ist dagegen flott sind gut du musst noch bereit drücken habe ich doch jetzt okay moin kebab alter schwede schön dass du wieder da bist es ist ja monate her jahre du warst kurz zigaretten holen gibt es doch zu ich wollte nur die fahrt hier skippen weißt du es hör auf jetzt rum zu drücken das ist ungesund da warst du milch holen waren döner holen ja döner kebab das müssen wir erstmal wahrscheinlich wieder fünf kilometer laufen hier ist was merkt ihr das was einer muss bestimmt unter wasser ich fühle es das waren hier schrei von dir du willst da doch ein okay hier ist aber ein kraken hast du mal ein das ist doch tatsächlich eine angel hallo ich bin zu fett ich wiege wie für zwei person ja weißt du wir brauchen wahrscheinlich noch so ein helm konnte man den helm da mitnehmen hier ist fast warum habe ich das gemacht sagt meiner familie dass ich sie liebe wenn ich nicht wiederkommen mit zu den ja dann nimm dir doch abgelost und ich habe weg kann ich verspringen man gut geht es mir kebab vielen dank ich hoffe dir geht es auch gut richtig frech ich habe nicht so viel sauerstoff ja selber schuld ja ich drücke den knopf auf nimmerwiedersehen ich habe eingeschränkte sicht ja ich kann jetzt weitergehen ersten mord sind ehemal gegen den streamer ist so hat ja und ich wir müssen auch ein bisschen zusammenhalten der lust hat nicht immer einfach ich sehe dich ja du hast mir was aufgemacht ach du scheiße gut hier sind monster bei dir ich weiß doch nicht wo du bist musst du mal ein bisschen gas geben ich habe nicht so viel sauerstoff ja aber ich weiß nicht wo ich lang muss und wo ich einen hebel habe das hat mich richtig das hat mir richtig viel sauerstoff gekostet was das denn ich weiß ja noch nicht mal wo du bist welche tür denn die da ich werde einfach ertrinken ich glaube ich kann mir sauerstoff holen ich kann jetzt nicht hallo ich weiß nicht was hier ist aber irgendwie verliere ich übel viel sauerstoff ja hier ist so ein rohr hatte ich kann also ich frage was du musst mir mal sauerstoff glaube ich geben vielleicht tot hast ja irgendwo ein rohr oder so zum pumpen oder sowas hab noch ein viertel hallo bist du noch da sie lässt mich einfach krepieren kann das sein hallo 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 ich bin ich bin tot jasphine hat sich einfach gefüllmutet und lässt mich sterben ich bin tot sie lässt mich einfach krepieren nee ich mache ja schon und tue aber ich habe jetzt halt ich noch okay bist du tot ich habe noch einen ganz kleinen viertel vielleicht schaffst du es noch ja warte mal geht da rein ich habe echt keine ahnung was ich machen muss hier ich brauche halt auch noch türen mehrere türen um was aufzumachen wo geht das denn rein ich habe keine ahnung wo das reingeht hier da vielleicht und was ist das hier ich habe keine ahnung dein spiel ist falsch wie mein spiel ist falsch ich habe nicht mehr just chatting echt ach ja jetzt jetzt sind wir tot warte mal also dass man im game abkratzen kann lässt mich einfach sterben nein ist es war wirklich warte mal kurz ich muss übers handy wieder machen nein warum gehst du denn da jetzt schon rein oh du bist so blöd manchmal ne ich bin doch gar nicht ready hier lass sie jetzt krepieren ich bin ja spiel alleine das geht nicht ach nein ein moment ein moment geht es jetzt schalter muss ich ja nicht mehr betätigen der ist schon ja das ist die tür aber die andere tür ist auch schon offen ich gehe jetzt an das ding ist wenn mir kein sauerstoff geben willst du müsstest du musst aufpassen da sind vielleicht blöde viecher aber du hast irgendwo sauerstoff ja ich habe wir habe eben eine halbe stunde auf sauerstoff gewartet doch nicht einfach ja es ist ja halt auch alles nicht so einfach zu verstehen ich weiß dann auch nicht wo du bist das ist das muss ich ja manchmal mit einem anker ich brauche aber eigentlich mit einem anker einem oktopussy ja neues es ist es ein street habe ich mitgekriegt anker habe ich gemacht anker ich habe jetzt vielleicht noch sauerstoff ja keine ahnung ob dir das jetzt was gebracht hat ich habe da rohre hier sind überall ich weiß dann auch nicht wo du bist aber ich benutze sie nicht mehr weil du lässt mich ja eh krepieren ich glaube einfach durch so hier ist octopus wo ist ein octopus ja du hast gesagt ich soll das octopus ding aufmachen ja soll ich ja octopus ja jetzt stimmt das game sehr gut danke ich habe nur ganz wenig leben ich muss jetzt gleich mal ein bisschen ich habe eine abkürzung aufgemacht für dich ich brauche jetzt hier sauerstoff du musst pumpen ja du musst mir sagen was du für ein symbol da sie eine raute aber ja weil das muss ich lange zogene raute schnell ich habe nicht mehr viel sonst sterbe ich wieder ja lange zogene raute wo habe ich denn die scheiße 22 renauten die auch meine raute ne dafür brauchte ob du in denen hier die qualle sonst kann ich dir das nicht geben glaube ich ich gehe zu einem anderen hier war noch irgendwo sauerstoff das hier so vielleicht oh gott sterbe wieder ich sterbe einfach wieder ah ok ich habe auf jeden fall irgendwas richtig gemacht hier ich brauch sauerstoff mann wieso gibst du mir die sauerstoff weil ich nicht weiß wo du bist du musst mir entweder sagen du bist bei einem anker du bist bei einer raute du musst mir die symbole nennen damit ich hier die rohre so verlegen muss ich muss die rohre verlegen dass du sauerstoff kriegst von mir nenn mir gleich einfach direkt das erste symbol was du siehst ist doch das kann man ja ich sehe dich auch jetzt noch so hier müsstest du eigentlich guck mal hier bekommst du sauerstoff mein freund hier mit dem blubber blasen mach mal wehe du beschwerst dich jetzt noch einmal aber da sind tausend andere da werde ich sauer ja und dann musst du mir sagen was du da für ein symbol siehst danke für den lörg hier das ist die raute ja da komme ich ist es eine raute in einem quadrat da musst du mir eine qualle aufmachen du brauchst irgendeinen schalter mit einer qualle sonst geht wieder zurück und musste erholen die luft okay ja mach mal ja perfekt super okay jetzt solltest du ich brauche jetzt ja mal dann geh wieder zurück wenn du sauerstoff brauchst dann sind wir ganz schnell weiter marsch und das hier auch alles verwinkelt dann nicht wenn ich einfach mal irgendwo anders sauerstoff geben hier an der kraute warum läuft das nicht an der raute wäre perfekt ja ich tue gerade alles um das rauszufinden ja mach das mal aber ich verstehe nicht ich finde es auch so freunde wir brauchen sauerstoff hier es geht hier lang warum geht das da oben so lang hier okay das ist wahrscheinlich dafür so ich glaube hier ist eine tür die musst du aufmachen ich kann nicht aufwarten mal die kommen hier durch da oben kann ich das aber noch nicht machen weil ich das jetzt so hast du gehört ne ich denke hier ist natürlich kannst du aufmachen ja ich muss aber aber ich habe hier kein zeichen jetzt kein zeichen komme ich denn daran kann nicht sein die folge werde ich aber sowas von bei dir angucken alter wie du weißt du wirklich ultra verwirrend sei froh dass du da den dings auf hast du meinst aber nicht zwei rauten nebeneinander es wäre schon hilfreich wenn du irgendwas da verlegen würde ist das irgendwie ja ist es nicht so einfach das ist der luft tank ich muss was ist wenn ich den da lang drehe dann geht der nach dort hinten ah ok 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 so wenn ich ich werde wieder krepieren ja dann geht zurück das ist ja alles verwirrend ok ich finde hier wie soll dort ich check's nicht so ganz du hast jetzt bei der liegenden raute hast du jetzt sauerstoff keine ahnung wie es gemacht habe keine ahnung wie es du bist bei der liegenden raute dort da ist auch natürlich die tür ist auch auf perfekt da kann ich jetzt durch ja ok Mittagessen mit dammelt oh ja ist ein anlass ja der liebe kk hunter hat seine hat 30.000 kanalpunkte dafür geopfert dass ich mich hier heute verkleide so ich gehe zum oktopus ne ja ist es eine oktopus oder qualle qualle habe ich eben schon aufgemacht dann habe ich keine ahnung wo hier noch ein oktopus sein sollte aber hast du noch irgendwo eine tür die zu ist ich habe hier glaube ich dein weg habe ich hier auf karten ja was siehst du denn da für luft für so luft symbole noch gar nichts das liegende quadrat bist du okay bist du da rechts gegangen kann ich dir nicht sagen ich mache hier mal was auf das ruder mache ich auf ein ruder ja das ist gut ja sehr gut okay ich gehe weiter ich habe hier ein neues zeichen das ist sieht aus wie eine krone ja ja okay das läuft mal das ist das da unten ja warte kurz hast du jetzt da luft ja ja hast du okay oh gg rolf geopfert ich wurde von den klugen klugen investitionen ja das auch okay bis später okay so du warst jetzt lassen wir mal auf der karte gucken bei der krone bei der krone die habe ich ja gar nicht immer wenn ich bei dir lurken bin hält es mich doch noch für zehn minuten länger ich hoffe dass es positiv ist natürlich positiv sehr schön das freut mich hier kann ich nichts mehr machen alles klar okay danke dir also ich habe hier auf jeden fall noch eine verschlossene tür ja 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 ich hole mir gerade sauerstoffen geht es weiter ja ok super wenn du irgendwas von mir brauchst musst du es sagen ich glaube im moment sind wir ganz gut aufgestellt oder weltklasse um das anzubekommen von wo holst du dir sauerstoff von der krone ja aber da gehe ich jetzt weg ich jump jetzt noch mal runter zu dem was das für ein zeichen ist halt wie so ein fadenkreuz wie ein fadenkreuz probieren nur mal kurz ein paar sachen aus okay das läuft nicht das da vielleicht ich habe wieder die raute kannst du mir die wieder an machen die liegende raute ist sie nicht an die müsste eigentlich an sein hoffe ich ja die ist an da kriegst du sauerstoff warte mal das ist nicht nur so das ist auch türen aufmachen okay das ist aber auch sauerstoff wenn du dir da sauerstoff holt ich denke dann sagt mir die raute noch mal an machen die ist an die leuchtet auf jeden fall gelb also ich kann hier noch mal dran rum gehen und jetzt und dann noch zwei rauten zwei rauten ja ja ist offen perfekt mhm danke für lörkweg zwei rauten da bist du wo gehst du jetzt lang du musst dann wenn du davor stehst na vorm sauerstoff oder ne das passt nicht ah ok jay sehr gut wir sind fisch ist alle fisch ist wir sind ein boss hat oh gott was passiert hier sagt ein boss nicht end boss ich bin dein end boss wenn du hier oben bist das wien muss ja okay danke andy danke andy bye bye dir auch viel spaß kommst du gerade hoch gesegelt da bist du ich seh wir müssen wir beide halten warte mal erstmal umgucken nein hier komm rein warum was ist ja wo soll ich denn hier reinkommen andere seite du willst bei da komme ich nicht hin deswegen muss ich da doch wahrscheinlich oben lang gehen dann gehen wir oben lang ich habe hier noch so die ja keine ahnung ich glaube ich muss hier ein paar rätsel machen ich komme da nicht zu dir rein keine ahnung was ich machen soll kann ich hier was machen okay ich habe hier das erste offen was hast du auch ich sehe nur die tür du musst was machen ich muss gucken okay was siehst du denn bei dir verschiedene symbole angeordnet auf dem schaden ja ja tito kannst du dich verschieben nee irgendwie nicht gar nicht mit interagieren ich auch nicht also es ist so wie aber was da durchkommen was denn macht das was also ich habe davon so drei stück ich kann ja noch a b c d und e drückt ich auch ich auch 0 ich brauche ja keine ahnung was wir halt machen müssen hier ich habe hier halt erst so ein so ein x als symbol so eine art x oben links das ist ja so ein vier mal vier schachbrett nach so hast du ja das eine sieht hier aus wie der saturn wieder wie der planet mit der umlaufbahn und da habe ich da so eine so eine art x das ist bei mir blau das ist auch hier irgendwas im rohr keine ahnung was man machen muss muss ich dir das drücken du drückst ja auch irgendwas jetzt ist irgendwas hat irgendwas passiert aber was weiß ich nicht ja aha okay aha okay ich verstehe mhm okay ich verstehe ja okay ich habe schon ah du gibst mir oh ich habe es auch hier rohre ich habe es verstanden ich habe zwei und ein ich habe einen zur verfügung okay dann gib mir immer den d ähm das wäre einfach davon kriege ich keinen ähm den gibst mir auch mal eben noch einen was willst du denn ich habe nichts mehr alles ist ja auf null gestellt ja bei mir auch ich wollte nur alles haben damit ich alles verwenden kann ja ja dann verwend du mal und ich habe hier nichts ach ah bei mir leuchtet jetzt was das muss nach oben der punkt muss oben du musst bei mir ja ja ich glaube ich weiß was wir jetzt machen müssen du hast ja jetzt diesen orangenen punkt genau der jetzt weg ist den brauche ich oben nee da nicht schräg äh erste reihe da waagerecht die zweite nee erste reihe nicht spalte die erste reihe nein ganz oben der zweite das zweite quadrat in der ersten reihe den beziehungsweise dann das zweite nein die erste reihe das ist ganz oben waagerecht und dann das zweite quadrat du hast doch ein 4x4 ja aber ich kann nicht überall hin machen ich kann nur um bestimmte positionen an die die ich gerade gemacht habe äh da kann ich mal hin machen ja mach das einfach mal aber ich brauche die halt nach oben keine ahnung was achso du musst ah warte mal da kann ich hin machen ja warte mal kurz was haben wir denn für über da kann ich hin machen ähm mach das nochmal kannst du da noch einen drüber kannst du das einen drüber machen das oder jeweils die beiden da drunter kann ich machen mach das mal da drunter ach stopp da behältst du das und dann gibst du mir ne ein b das ist b ja blöd wenn man das jetzt nicht mehr weiß ne ja ein kleines diagonales wohin von wo ja du hast da doch alle rohre bei dir ich brauche auch welche hier damit ich das verbinden kann achso achso ja habe ich doch gesagt dass ich hier jetzt keine mehr habe weil du dir die ja alle genommen hast da ich brauche ein b das steht da auch drauf auf den rohren hab ich dir gegeben hey hab ich gut gemacht ne oder auf jeden fall habe ich hier jetzt so eine orangene flamme verstehe habe ich auch gegeben ja das ist jetzt erstmal aber ich weiß jetzt halt nicht was ich noch machen soll ich schon nimm dir das und dann muss das zu blau bringen ich habe beide rohre so wie es geht verbunden aber ich muss hier nicht noch was glaube ich verbinden weil bei mir geht quasi blau geht ins feld rein und raus muss orange und das ist es jetzt aber keine ahnung was jetzt verbinden soll also wir haben es ja jetzt nicht geschafft also ne aber keine ahnung was ich dann damit machen soll weil d kann ich nirgendwo platzieren oder mach ähm von wo bist du denn als ich dir das gegeben habe unten rechts wo bist du hin bis nach unten oder nach oben wo bist du hin mit dem mit dem mit deinem b du bist doch nach unten links gegangen beziehungsweise für dich unten rechts ne ich bin hoch gegangen da gehen wir bitte unten links hin wo unten links also unten rechts sorry also ein runter und dann nach rechts wo es raus gekommen ist ne da kann ich nicht hingehen da sind auch platten aber die sind alle verschwert du kannst nur in das eine loch ich habe nur ein schachbrett was ich benutzen kann da sind noch zwei andere aber die anderen sind verschlossen wie das und wie viele öffnen wie viele öffnungen hast du ich habe eins auf dem schachbrett ich habe vier stück ich habe vier weiße und ein blaues ein orangenes genauso wie bei mir und du musst jetzt du musst eine andere du musst das also du musst ah damit du blau bekommst dein dein da wo es bei dir reingeht ist bei mir wo es raus geht deswegen musst du dein rausgehen dahin machen wo ich es reingehen kann weißt du das ist wie so eine schlange die da sich so durch vorstellt ja warte mal und wir haben vier roh kannst du das erste habe ich gemacht jetzt kommt es bei dir raus da musst du rausgehen und irgendwo anders wieder rein da jetzt sehe ich es perfekt ja aber warte kurz du musst ne stopp du musst das orangene warte hör mir doch bitte erstmal zu du musst das orangene nochmal einmal tiefer setzen oder höher wie auch immer so ne nochmal mach nochmal eine andere so so ja okay aber ist jetzt nichts passiert war nö was ich mache kann ist so ja das ist gut da ist was vor ja geht doch oh ha haben wir viele rohre jetzt ja ich kann dir jetzt rot geben soll ich das mal machen ja nehme ich mir einmal B aber wir sind schon ja bei 42 Minuten mhm so könnte ich machen da ist das ok gut Sekunde ich dann brauche ich oh Gott ist auch mit einer 3er ne noch nicht ok hoch eine gerade was ist das denn sonst hast du dann auch Symbole wie ein Kreis so eine Raute ein Fünfeck ja habe ich ok ja dann ist das wahrscheinlich dasselbe weil ich habe es dir ja jetzt in die Raute gesteckt ne hat die Raute bei dir dann auch geleuchtet ok ja sehr gut dann gebe ich dir mal blau mhm mhm so ist das also ich habe blau und du hast rot ich hatte gedacht wir müssten beide blau zu rot bringen ok verstehe ich ok ne ne aber das rot was du mir gegeben hast von da kann ich gar nichts damit anfangen es muss woanders sein gar nichts ja ähm dann warte mal ich tue es mal wieder rein ähm könnte ich noch so ein D nehmen oder was ist das ich gucke mal ähm genau ich habe sie jetzt ins Kreis da ist gut ja ja ok mhm mhm ah die Penna die haben es natürlich schön kompliziert gemacht äh 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 was mit blau was man kann es mit dem blau nichts anfangen mhm ne nicht so also ich kann dir das hier jetzt einmal zurück ich brauche halt entweder ja brauchst du es jetzt nach oben nach oben irgendwo ne direkt nach oben oder schräg nach oben äh äh nee das ist egal schräg bei dir oben ist bei mir was komplett anderes wir müssen es nach den Symbolen machen ok also entweder dieses komische Kreuz zum Beispiel ja ok oder diese das ovale ja das ovale ovale geht ne ovale geht nicht ja ok hast du dir schon Rohre rausgenommen nein nein ich habe zwei Rohre jetzt verbaut also sonst kannst du mir das blau was du im Fünfeck vielleicht hast kannst du mir das da in diese Art Diamant noch rein machen zum Beispiel das ist besser ja das ist besser ja es ist besser mhm ja nein ich habe mir ein A genommen ein C habe ich schon ey du hast mir rot gegeben du hast mir rot im Diamant ich brauche blau im Diamant ich habe dir blau jetzt in einem Viereck gegeben achso ja ne das ist komplett Mist ich brauche es im Diamanten hm im Diamanten komme ich nicht hin ja oval oder halt dieses Kreuz dann gib es mir nochmal da unten aber ich komme da nicht hin kannst du rot noch woanders hin packen als Kreis ich könnte dir rot jetzt halt gerade da noch ins Fünfeck rein packen wo du jetzt blau durch geschossen hast ja mach das mal ja ok dann brauche ich aber ein C von dir ich habe kein C ich habe nur A und D wir haben kein C zur Verfügung gar nicht ne was stand da nicht vorhin noch eine 1 na ok also ich kann dir also ich kann dir blau ins Fünfeck und Viereck geben Viereck bringt dir gar nichts ne also muss es ja das Fünfeck sein ne da musst du es ins Fünfeck genau es kann nur Fünfeck sein dann jetzt musst du mir das blaue nochmal zurück geben ich glaube nicht dass du jetzt direkt damit schon in ne das stimmt also ja dann nehme ich mir ein B ok dann gebe ich es dir ins in diesen Diamanten ok oder würde dir ne wenn ich dir das in das Ovale reinstecke kannst du mir das dann wieder ins Kreuz reinführen oder kommst vom ja komm mal hab ich schon drin ähm äh warte mal also ins Ovale dann brauche ich ein D hm hm ich denke so geht das geht das du musst kannst du es mir dann in Diamant geben den roten in den Diamanten ja wenn du von dem Viereck ins in in Kreis dann mir zurück tun kannst ich weiß nicht muss man halt gucken warte mal lass uns mal blau machen ah shit das hä was ist das denn ok warte mal ach ich brauche ein B ok warte mal so blau ist jetzt raus so willst du jetzt rot ja ich kann es dir nur weil du hast einen D auch verbaut und genauso wie ich ich kann es dir nur ins Quadrat geben das bringt gar nichts nein mhm ja aber einen Kreis kann ich dir kann ich dir nicht geben Diamant ja da komme ich aber nicht hin hm dann ist der hier falsch welcher ja wie sieht es so aus wenn ich dir einen Kreis gebe den blauen na dein Kreuz ja da lass ihn auch da achso ich hab nimm dein Kreuz ich hab jetzt was weg ja ich hab dir blau jetzt vom Kreuz weggenommen und in den Kreis gepackt nee geht nicht blau ist jetzt das Fünfeck bei mir nee im Kreis nein achso ja dann mach nochmal vom Fünfeck weg zum Oval hin das sollst du ja nicht wegnehmen sollst du jetzt das Kreuz wegnehmen ja ja warte wie kann ich das denn nochmal ändern da hm hm so und jetzt ist es im Kreis kommst du vom Kreis aus in den Ausgang auf gar keinen Fall auf gar keinen Fall ich komme von da mit nochmal mit einem D was wir nicht haben würde ich wegkommen also das funktioniert so nicht vom Viereck kommst du da irgendwo anders hin nimm mal alle Rohre wieder ab bitte joa kommst du vom Viereck irgendwo hin mit blau ne weil Viereck muss ja eigentlich ja ich komme da in den Kreis rein mach das mal hm warte gut dann brauche ich aber wo brauchst du es jetzt ja ne können wir nicht machen weil ich brauche einen C um dir das Rot überhaupt geben zu können und das haben wir nicht du kommst also von Rot aus nur mit einem C weg jetzt gerade im Moment ja oder halt mit einem B in das Quadrat oder mit einem D was wir was ich hier noch in der Hand habe ja äh könnte ich dir Rot in äh in Kreis geben aber da war ja grad blau drin ja aber wenn ich es jetzt so zum Beispiel mache ne blau ist bei mir jetzt im Quadrat ne rot meine ich achso blau ist dir im Quadrat ja aber da muss ich ja rausholen und woanders hinpacken du musst da jetzt rausholen und woanders hinpacken wohin willst du ein Gebrau hin machen ja warte lass mich mal kurz überlegen ne C haben wir nicht das heißt ich muss ne B nehmen um das nach dort zu packen und dann musst du es mir am besten ins Ovale packen von da aus ins Ovale komme ich nicht hm ok ähm ins Kreuz? ja ok ja bist du dann fein? ja ich bin fein gut dann äh haben wir es nämlich weil mhm dann musst du mir jetzt vom Oval aus in den Diamanten kommst du von Oval in Diamanten? ja ja dann haben wir es ok perfekt ja? ja ok sollen wir hier gerade einen Cut machen oder sollen wir das noch machen? ne ne das machen wir jetzt noch durch das machen wir jetzt noch durch ok gut wie viele haben wir? wir haben jetzt vier mal C und zwei mal E das wird also das wird richtig witzig jetzt ähm ja blau brauchst du blau? ja ne ich brauch blau und du brauch rot ja aber ich habe hier einmal einen blauen Eingang und einen blauen Ausgang und einen orangenen Ausgang oh ja sehe ich auch ich habe zweimal rot ja hab ich mir gedacht hallo jemand zu hause? warum antworten wir nicht? nameless vielen Dank für dein Raid vielen vielen Dank ich hoffe du hast einen schönen Stream hello Raiders wir sind hier gerade mit der Jasmin mach direkt mal einen Shoutout bitte äh Tatja für nameless bei we were here forever und sind ein bisschen am knobeln yo so ja ein bisschen ist gut ähm also ich kann mit rot rein ins Fünfeck in Kreis und in den ins Oval Oval und Fünfeck sind am besten also warte wie viele kleine Bs ähm was brauche ich da was langes wie viele dann pack mir das mal in das Oval alle liegt das hast du heute auch gemacht krass er war auch genau hier echt? ach wie witzig ähm cool 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 also mein rot wäre jetzt schon mal durch durch? ja du bist jetzt schon am Ausgang wo musst du denn also mit orange bin ich jetzt durch jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch blau wie blau? ich kann dir kein blau geben ach ja ich habe ja selber blau ähm wo brauchst du denn den blau rein? ich könnte dir blau ähm in den Kreis oder ins Quadrat geben Sekunde von dem Oval aus kannst du da ein E benutzen und trotzdem finishen das habe ich gerade ein E? ja ein E benutzen ja dass du es nicht zurück gibst und ah ja ja kann ich glaube ich machen mach das mal ja sieh dann würde ich dir das in ein in ein Fünfeck reingeben ja machen wir so okay ich bin gefinisht ja gut Fünfeck soll ich dir das blau erstmal auch rüber geben oder willst du gerade erstmal äh jetzt habe ich es dir in Fünfeck nochmal rot gegeben also vorher aber nicht kommst du von da aus irgendwo hin ja du musst mir nochmal zurück geben in Kreuz oder in Diamant ja kann ich dir beides geben ich würde es dir glaube ich vielleicht erstmal in einen Diamant geben weil ich nicht weiß also in Kreuz oder Diamant brauche ich auch blau gleich äh blau kannst du blau in Kreis oder Diamant oder Kreuz machen wo kannst du es hin machen? ähm am besten in einen Kreis und danach in und danach im Kreis und dann würde es bei dir Diamant wieder rauskommen ne kannst du ein Kreuz packen blau kannst du blau in Kreuz und rot jetzt in Diamant rot in Diamant genau perfekt hm ja super aber das geht aber nicht glaube ich nicht kannst du mir denn blau ganz zum Schluss wenn ich es dir einmal gegeben habe in ein Kreuz zurück geben ne das muss bei mir aus Kreuz raus kommen ja bei mir auch dann ist dann ist dann können wir das auch nicht machen achso ne nicht ein anderes nicht dieses dicke Kreuz sondern dieses äh das X meine ich Entschuldigung ich brauche es in so einem X zurück ja das blau genau da kriegst du es zurück ja das geht wenn ich dir blau jetzt in ein Kreuz packe ja bitte ich weiß aber nicht ob das klappt das ist schon so ein langes Ding wir haben kein D ich kann es dir eigentlich nur in einen Kreis packen das ist falsch das ist so wie wir es gemacht haben das ist falsch ähm oder halt ins ins Viereck nimm mal das Rohr was im Diamanten ist weg Hallo Lasagne hier wo hast du jetzt rot ja im Viereck und da könnte ich dir am besten dann das blau rein schicken soll ich das machen Sekunde guck mal jetzt hast du rot im Kreis mhm wo kommst du damit jetzt hin ich brauche es in Diamanten oder ein Kreuz ja ich kann es ins Kreuz packen warte mal das war jetzt erstmal blau ins Kreuz kannst du nicht in Diamanten warte in Diamanten ne das geht nicht so kann ich es dir schicken ich weiß nicht ob ich über ich muss bestimmt auch eine Abzweigung benutzen warte mal wie hast du nicht zweimal blau und einmal rot oder so ja ja ich hab ein blau ein und einen Ausgang von blau ja dann brauchst du ja blau auch dann brauchst du blau ja auch einmal mhm ja am besten brauche ich blau jetzt zum Beispiel in einen Diamanten der ist bei mir jetzt noch frei oder halt das X aber ich weiß nicht ob das ne da muss ein Dings ja ja warte achso ja also ich wär durch mein rot ist am Arsch der Welt von daraus komm ich nirgends vor hin hm das ist schlecht warte mal alter nein oh das hat er rausgeballert nimm mal das aus dem Fünfeck wieder weg hm falsch oh oh der hat das denn hingepackt oh Gott ey kannst du mir rot in den Diamanten geben ja echt ey warte mal da muss ich aber bei mir Sachen abbauen oh das war wahrscheinlich nicht so schlau ne ja blau ist halt jetzt weg ne ja warte kurz ja die haben was assi gemacht man kann halt am Anfang also diese Kreuzung kann ich überall hin bauen die Kreuzung bestimmt direkt am Anfang ja ich habe jetzt zwei blaue ja ist ja richtig raus hier du brauchst ja zwei blauen ja aber warum ich brauche nur ein blaues wieso dass du zwei blaue ausging hast mir gesagt nein einen blauen Eingang und einen blauen Ausgang ja so wie du das bei rot hast den einen Punkt gibst du mir zurück und den anderen behältst du und ich brauche hier am besten ich komme von hier nicht irgendwie rüber das ist hier falsch so ich mach hier mal die Kreuzung hin guck mal so ich lasse zweimal rot ein zweimal rot blaue ich nicht ich habe ja nur einen roten Ausgang ja einen gibst du mir zurück am besten in Diamanten ne oder ins Kreuz ins Fünfeck ins Kreuz ne ins Kreuz geht es nicht ins Kreuz geht hier am besten in Diamanten kannst du in Diamanten und dann einen roten Punkt machen nö nicht so dass ich sonst baue mal alles ab und machen wir den roten in Diamanten wenn es geht nö ne nö weil ich dann zwei überbaue und das geht nicht du sollst ja alles abbauen du sollst alles abbauen ja hab ich auch hab ich auch aber ich habe dazwischen noch zwei Symbole zwischen meinen roten Lichtern und deinem Diamanten den du haben willst können wir das einmal kurz da kann ich nicht woher rumbauen aber wenn du alle Rohre jetzt abgebaut hast hab ich könntest du theoretisch von Diamanten ein rotes in Diamanten packen nein weil die roten viel zu weit weg sind die roten Lichtern die du mir jetzt gegeben hast ok verstanden ok verstanden dann machen wir das so falsch so jetzt in Diamanten ja perfekt sehr gut und einen behältst du und bringst ihn jetzt äh kannst du ihn jetzt direkt für dich nein nein ok wo brauchst du ihn hin in den Oval ok dann gib ihn mir in Viereck da kommen wir mit blau safe nicht mehr hin safe nicht du brauchst doch ich meine rot ja aber blau ist ja jetzt gerade bei mir ist dann alles verbaut aber ich ich versuch's einfach mal hä kann ich nicht weil du hast alle bs ne ich hab nur ein b ja ich auch und das war's dann schon also kann ich dir jetzt von rot nicht ins Quadrat oder brauchst du es ins Kreuz wie viele Rohre hängen gerade bei dir eins ein blaues was du mir gerade gesagt hast ja äh ein b ja ähm und äh mit dem und das äh kanntest du das auch mit einem e verbinden was einen roten Punkt jetzt hast du es im Kreuz jetzt habe ich zwei Stück eins müsste ich dir zurückgeben und eins selber benutzen und eins selber benutzen ich kann ja auch aber da muss blau hin ne so so mach mal das die die Kreuzung anders warte kurz KK danke für dein Resub im dritten Monat vielen vielen Dank so äh versuch mal die die Kreuzung zu benutzen dass äh dass sie anders liegt du auf dem roten Punkt aber in andere Löcher warte das fuckt mich so hart ja weil man halt nicht das vom anderen sieht ich kann ich glaube am besten war wirklich unser erster Versuch wo wir es hatten ne hat er nicht funktioniert deswegen müssen wir nochmal neu also nimm mal jetzt diese Kreuzung und den roten Punkt in andere Löcher als gerade platzier die das ist einfach ein bisschen trial and error weil so vielleicht ja so ist es auch gut so ist gut könntest du theoretisch mir blau geben in Diamanten ne entweder in Kreis oder ins Quadrat Kreis geht da nicht ja ist richtig Quadrat so quasi so quasi ja ich denke die Kreuzung auf rot ist falsch ja die Kreuzung auf rot ist nicht richtig weil es bringt nichts dass ich dir rot nochmal zurückgebe du brauchst ja eh nur einmal richtig und ich brauch es einmal mhm wohl doch ich habe es wieder alles abgemacht ja ja das ist richtig ist richtig vielleicht mal kurz überlegen bei dir kommt einmal blau raus ja und einmal rot und einmal blau rein lass es mal andersrum machen ja wir haben ja die ganze Zeit versucht dass ich den ersten Schritt mache mach du mal den ersten Schritt von blau aus direkt mit der Kreuzung mit der Kreuzung mit der Kreuzung und den blauen Strahl rüberschicken so okay anders anders du es jetzt einmal soll ich es einmal machen ne ne so mach es nochmal anders anders geht es nicht es geht nur so in der Kreuzung ja sicher ja schau es dir an ne 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 wenn du mir nicht glaubst anders geht es nicht ich kann ja sonst halt nur einen blauen rüberschicken entweder nur durch den Kreis oder nur durch das Quadrat ohne die Kreuzung weil du brauchst doch auch nur einen blauen raus oder mhm die haben das bestimmt so gemacht dass ich blau verdoppel und du verdoppelst rot erzähl ich ja richtig so wie am Anfang ich glaube am Anfang lag meine Kreuzung von rot zu dir schon richtig wo kannst du blau überall hinpacken mit den ganzen Rohren weil Viereck und Kreis ist es nicht gut dann nirgends wohin nur Viereck und Kreis und allen Rohren die es gibt ja weil wir haben keins das zweieinhalb Rohre überdenkst D haben wir nicht auch nicht mit dem C ok du kannst echt nur da und da hin ja weil ich müsste quasi drei äh äh drei Quadrate nach rechts und eins nach oben oder eins nach unten also das ist zu weit das packt keins von unseren Rohren ok dann gib mir blau mal entweder in Viereck oder Kreis das was für dich äh am wenigsten das Board kaputt macht mhm jetzt hast du zweimal blau jetzt hast du zweimal blau ja das brauche ich nicht du brauchst das einmal und ich brauch das einmal jetzt musst du es mir zurückgeben kannst du es jetzt in Kreuz zurückgeben ja und auch selber einfädeln bei dir also mit einem E meinst du also wenn du es klappen würde wäre natürlich perfekt aber ne kannst du nicht du musst mir auch rot auf verdoppeln später du musst jetzt einmal mir zurückgeben und einmal selber benutzen aber verdoppeln ja du musst den blauen jetzt selber benutzen und mir einmal zurückgeben also benutzen im Sinne von dann brauche ich ein B hast du ein B? ich habe ein B in der Hand ja ja dann gib mir das dir ist es am liebsten ins Kreuz ne? oder Diamant also Kreuz geht nicht weil ich habe kein Rohr mehr dafür ok meine Kreuzung liegt safe nicht richtig ja ich glaube immer noch dass wir das man kann Rohre nicht über Rohre legen ne? mhm du hast deine Kreuzung noch nicht platziert ne? mhm ich hätte jetzt blau drin aber es bringt gar nichts du kannst deine Kreuzung jetzt doch gar nicht verplatzieren mit rot oder? ne weil du mir blau ins Fünfeck gegeben hast das ist falsch so alles wieder raus ich glaube so muss meine Kreuzung liegen anders wird es glaube ich nicht gehen ok mach mal habe ich gerade bitte so so muss meine Kreuzung liegen weil sonst kann ich dir nicht zwei rote geben wenn du die brauchst aber ich sehe gar nichts hast du bei dir alles weggenommen? mhm hä? achso ja weil du mir noch nichts gegeben hast wo brauchst du rot dann rein? im Fünfeck oder im Kreuz? ja oder ins Oval Fünfeck ist eigentlich gut weil das macht mir an Bord gar nichts kaputt es ist im Fünfeck drin rot ja so und so ist rot bei mir schon mal komplett abgearbeitet ich brauche jetzt nur noch den Weg für blau das sieht gut aus und deswegen glaube ich das muss so sein ja das sieht gut aus ja ich glaube ich rot auch abgefrühstückt ja guck da müssen wir uns jetzt ja noch um blau kümmern blau ja gib mal blau ich habe es ich denke mal es kann nur so sein und ich brauche das C äh B ich brauche das B ja warte ich habe zwei es kann eigentlich nur so sein weil ich kann anders nicht platzieren obwohl doch ähm ich könnte ich könnte es auch so machen doch das wäre natürlich das wäre das wäre klasse also oder so ich brauche C äh B meine ich ich brauche das B ja ein B habe ich dir gegeben brauchst du das zweite auch? ne ok also ich habe nur zwei Möglichkeiten entweder ich platziere es so oder tauscht beiden genau also also bei mir muss blau muss bei mir kommen in in kreuz oder in in diamant eins von beiden wenn es diamant ist ist das eine Rohr bei kreuz ist das andere Rohr das ist also bei mir muss es eigentlich aus dem diamant von dir kommen ja ok dann kannst du das ich brauche das blau aus dem diamant kannst du nur so sein dann wo soll ich dir das denn jetzt rein in kreuzern in kreuzern in kreuzern in kreuzern schaffe ich das? ja wir haben kein D also mach einfach mal irgendwas was für die logische erscheint ich kann es dir nur entweder ein ja dafür bräuchte es B keine Ahnung ich sehe dein Wort nicht also und du ja ich weiß das Ding ich muss das da rein du hast noch ein C was längliches damit musst du irgendwo hin ja ok ja das ist das einzige da musst du daraus ins diamant in den diamanten kommen das ist kein Problem ja? ja ne das ist ein Kreis achso ich brauche jetzt nochmal ein Kreuz ok ja perfekt ja? oh Gott sei Dank oh Gott Strom Wat war dat für'n Shit? fandste? fandste? fandste cool boah das war schon heftig ja das war auf jeden Fall besser als das Tauchen und das mit den Köpfen ja das stimmt ok machen wir Schluss oh du bist ja in der Kuppel ja ok dann drehen wir machen wir das hier gleich also in der nächsten Folge ja genau richtig ja dann äh close mal ich hoffe ihr hattet ganz viel Spaß beim zuschauen nächstes mal geht es hier weiter ich glaube wir sind schon bei Folge 7 oder 8 und äh checkt Jasmin's Folge ab in den äh in der Videobeschreibung unten und bis zum nächsten Mal haut rein